Hallo ihr Lieben, Patero bei Tristan Hemmschermeyer, Typ Psychologe und so weiter und so weiter. Ein kurzes Video, erstmal noch ganz kurz, es gibt ganz kurz den Flash Sale bis Sonntagabend, 13 Euro auf meine Kurse, auch wenn ihr mehrere kauft, dem Code Oktober13. Ja, ganz kurz die Frage, was der Unterschied zwischen co-abhängigen und liebessüchtigen Beziehungen, weil beide können so ein bisschen toxi sein, der Begriff wird ja auch gerne immer allgemeiner benutzt heutzutage. Ich benutze den eigentlich nur für liebessüchtige Beziehungen so richtig, aber gut, wenn man jetzt mal diese beiden Begriffe nimmt, was ist der Unterschied, warum ist der wichtig zu wissen? Also erstmal ist es so, dass alle liebessüchtigen Beziehungen sind co-abhängig, weil ohne Co-Abhängigkeit, zumindest auf einer Seite, ja, gibt es keine krasse Liebessucht mit nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten. Aber nicht alle co-abhängigen Beziehungen sind liebessüchtig. Es kann sein, dass du in einer Beziehung bist, die extrem einseitig ist oder mal drauf zahlst, aber du trotzdem nicht dieses Suchtding hast. Also dieses Suchtgefühl, dieses drogenartige Gefühl und ja, warum macht das einen Unterschied? Also es macht einen gewissen Unterschied, weil liebessüchtige Beziehungen sind auf gar keinen Fall zu retten, eben wegen diesem Suchtmoment, co-abhängige. Gibt es eine Möglichkeit, also wenn es jetzt einfach nur so ein bisschen unausgeglichen ist, ja, dann gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn sie krass co-abhängig, krass unausgeglichen sind, ist es vielleicht mehr eine theoretische Möglichkeit, weil häufig, ja, ist dann einfach Kompatibilität einfach nicht gut genug gegeben. Aber solange dieses Suchtmoment nicht da ist, gibt es so ein bisschen eine theoretische Möglichkeit, dass man sowas auch hingebogen kriegt in einer guten Paartherapie. Liebessüchtige Beziehungen, no fucking chance. Das ist halt, wie das so ist mit Drogen, ne? Keiner macht den Drogen. Die auf jeden Fall nicht. Genau, in diesem Sinne deckt euch allen mit dem Code gern, wenn ihr wollt. Und, ähm, genau, war ja noch die coole Sache, was ich mal mitgekriegt habe mit Sommerhaus der Stars, dass ich da irgendwie aufgetaucht bin als Erwähnung von der meiner geschätzten Kollegin, äh, Anne-Marleen Henning, äh, in, auf RTL. Die hat da meine Arbeit mehrfach genannt, fand ich sehr, sehr cool. Und ist auch wirklich, guckt euch mal die Sommerhaus-Videos an, ist einfach super interessant, so als Lehrmaterial, kleines. Ich finde es auf jeden Fall, ja, spannend, aber gut, ich bin auch Psychologe. Äh, vielleicht eine komische Vorstellung von Spannung, wer weiß. Okay, bevor ich hier noch mehr sinnloses Zeug rede, äh, gerade ist auch Bootcamp, Wochenende, äh, morgen geht es weiter. Nächste Bootcamp ist in Zürich. Überlegen, ob wir noch eins in Berlin machen. Wenn es da Interessenten gibt, schreibt uns gern, vielleicht, äh, kriegen wir das dann noch eingebacken. In diesem Sinne, wir werden es bald wieder sehen.